Sie können das Spiel auch aus dem Taktikblick in der ZDF-Mediathek verfolgen. Wir streamen die Hintertourkamera live, am besten die dazugehörige App kostenlos downloaden. Und da werden Sie auch sehen, wie diese Taktik, als ob es immer ein deutscher Spieler anspielbar ist. Meistens zwei, drei ohne Gas. Da ist nochmal der WM-Torrekord. 84 Jahre ist die Weltmeisterschaft alt. Er ist der beste Torschütze. Ronaldo kommentiert hier für den rassenarischen Sender Tepan Globo hier mit dem Stadion. Man muss sich das hier angucken. In seiner Heimat, Dieter Klose. Die Weltmeisterschaft alt. Er ist ein Schreier. Der ist ein Schreier.